ja hallo leute wir sind nach dem trollkampf jetzt hier auf diesem hügel und sind jetzt am überlegen ob wir noch pinje suchen oder ob wir ins lagerzeug gehen wegen dem umhang ich denke wir gucken mal nach pinje. ihr schauts logo und dann gucken wir weiter tanne. das ist auch eine tanne. wie sieht denn eine pinje aus? ich habe keine ahnung. ich bin kein botaniker. oh hier ist jetzt schnee. die sehen noch anders aus hier, oder? aber da steht tanne dran. tanne, 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 tanne. dem ist natürlich jetzt kalt, ist klar. welche bäume sehen denn anders aus? die sehen doch alle gleich aus, oder? da oben, das ist bestimmt eine pinje. ich könnte etwas zu essen vertragen. also hier sehe ich jetzt keinen baum, der anders ist, ne? von der holzmaserung könnte man glück haben, dass man das anders aussieht, oder? vielleicht müssen wir ein bisschen weiter in den wald rein, das kann auch sein, ne? das hier sind doch andere bäume, oder? aber das ist eine kiefer. wo ist das skelett? da. ok. irgendwo kommt noch wer da. kiefer, 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 kiefer. komm hier nicht durch. ich habe keinen blassen schimmer. kiefer, 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 kiefer. Kiefer, ach da ist ein neuer Troll, ja das ist schlecht. Ne, den will ich jetzt nicht noch schlagen. Jetzt pass auf, jetzt sehe ich hier bestimmt gleich eine Dingenspinie. Ich glaube der kommt auch nicht mehr, dem war es hier bestimmt zu kalt. Tanne, Tanne, ist das eine Pinie? Ne, das ist auch ein Kiefer. Da, der Dicker, der ist es bestimmt, oder? Nö. Nö, 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 nö. Aber das war jetzt nicht ein Kernholz, oder sowas. Lass es mal gerade besser an der Kiefer fällen und gucken, ob es das war. Jetzt heißt das Ding ja Baumstamm, ne? Kernholz ist es. Brauchen wir Kernholz? War es das? Ich weiß es nicht. Ja, wir können ja noch ne Tanne fällen und dann müssen wir mehr. Oh, ich weiß es nicht. Jetzt komme ich an dem Ding noch nicht mal dran. Jetzt ist ein Dock. Jetzt steht da hinzugefügt, aber Holz hinzugefügt, einfach aus Holz wahrscheinlich. Jetzt regnet es auch noch. Ich glaube wir können zurückgehen. Oh, da hinten ist noch der Große auch noch dabei. Aber wir gucken mal gerade schnell in die Truhe, die ist aber leer. Okay, können wir gehen, bringt uns nichts hier. Ja, lauf du mal hinter mir her, wir gehen wieder auf die Lichtung und dann bist du dran. Sollen wir das so machen? Das hat ja wieder gut geklappt. Und was ist das hier für eine Pflanze? Ne, eh. Kraft nicht bereit, zum Glück. Jetzt Karottensamen, jetzt hätten wir welche gehabt. Richtig doof. Warte, ich gehe hinter dieses Schild und dann ist alles gut, oder? Nein, er kommt immer noch hinter mir her. Hier haben wir den eben auch geschlagen, oder? Ja. 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 Ja, irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich da nur. Ja. Ja. Ja, nee. Ja. Ja, nein. herr klappt irgendwie nicht nach ich glaube ich habe keinen fall mehr dass mein problem war ja eigentlich habe ich genug falle warum kann ich denn nicht schließen als nass ist kann das sein das könnte sein naja geht doch sonst hat er wieder nichts gemacht aber ich keine ausdauer habe wir haben zwar gesundheit aber keine ausdauer sonst schützt Also ausweichen können wir schon ganz gut. Dachte ich. Ich bin auch ganz nah neben dran, da kann ich doch nicht frieren, da ist doch warm. War da jetzt noch ein Skelett oder so, kann das sein? Jetzt wird er mich noch erwischt. Dann kriege ich den immer tot. Jetzt kommen noch mehr Grauzwerge hin, das ist ja wieder doof. Jetzt müssen wir weg, jetzt hat es keinen Sinn mehr, jetzt ist es zu gefährlich. Wir haben nicht mehr genug Energie. 27 ist nicht viel, ne? Gehen wir weiter. Was war das jetzt, dass wir noch einen abgekriegt haben? Ach, hier ist noch irgend so eine Nixe oder sowas wahrscheinlich, ne? Jetzt bloß hier raus aus dem Wald, ach das ist das Wildschwein, ne? Da ist noch einer. Können wir uns jetzt mal erholen. eine ganze Bande, ey. Da ist auf jeden Fall unser Lager. So, das hat geklappt, wir sind erstmal in Sicherheit. Gut, gucken wir mal hier hoch auf unseren schicken Dingels. Dann haben wir Pfeil und Bogen rausgeholt. Hier nochmal erwischt. Wo sitzt noch einer da unten? Kriege ich den irgendwie noch? Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Und wirnat euch mal hier eben auch auf die Bogen. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Das war's für heute. auch erledigt, oder? Ja. Jetzt haben wir endlich Ruhe. Okay. Ja, aber er ist schon wieder stresst, ne? Doof ist, dass wir den Troll nicht erwischt haben. Der war bestimmt schon halb kaputt. Ist noch einer hier, ne? Ich höre einen. Irgendwo ist noch einer. Na ja, bringt nix. Gut. Leider Kampf nicht erfolgreich gewesen, aber das ist halt so. Ich würde sagen, wir machen hier erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020